hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play battlefield und endlich ich freue mich wie ein kleines kind bin ich nicht alleine denn heute ist mal wieder rio cut dabei hallo zusammen und wenn ich mich ja es ist halt schon schön wenn wir also ich mag es schon mit dir zusammenzuspielen ich habe ein paar neue sachen freigeschaltet gab und seitdem gar nicht mehr gespielt ist ja fast schon traurig du ja ich bin hier gerade wieder mal auf also jeder der mich auf der karte sieht der weiß alles klar der geht wieder auf sein geh der nervt mich damit gleich wieder und so ein anderes flugzeug ist ja wo ich habe gleich zwei flugzeuge um mich rum ach egal steig aus kannst du mir mal arschlecken na ist ein rucklig hier bei mir gerade gewesen rucklig ja ich habe 500 latenz warum habe ich und das ist schon exo reiter flugzeuge überall so so ich muss auf jeden fall mal hier dass wir mal den g punkt holen den g punkt ruhig so und jetzt hole ich besetze ich mal die scheiß flack und hole mal die flugzeuge unter nein und da kommt einer björn du weißt ich will den g punkt yes du kennst mich ohne den g punkt mache ich hier auf der karte mal nix ja du bist da halt einfach ne so so ne der g punkt ist dein ding aber vollgas du bist unter beschuss ne bist du bist du auf d ja war ich bis eben ich wurde leider weggescharf schützt ich bekomm es auch okay ich wurde auch weggescharf schützt und dann auf einmal dachten wir alles gleich kommen weg und dann kommt ein bombe an motorbombe g punkt ist ja immer noch nicht unser ne ich bin jetzt irgendwie auf c raus gekommen ich habe nämlich eigentlich panzer nehmen wollen aber der war nicht frei und dann war mal stoppte mich auf c auch gott von was wäre ich denn wieder geschossen das gibt's doch nicht flugzeuge flugzeuge sind hier unfassbar viele die werden wir nicht runter geholt hier drunter holen gesagt ja ja nur weil du weil ich weiß dass du darauf stehst ja weißt du single halt mein gott mehr schichtiges kämpfen hier oben auf dem berg einer zwei unten aber die habe ich beide weg geholt aber der da ganz oben auf dem berg steht mit einer komischen russen flagge die er da als spieler avatar hat so ich bin auch auf b ich bin bei dir gespawnt sehr gut mit meinem schicken bar b a r gewehr zahlst du bar oder was i do i do every time i pay in cash cash only scharfschützen woher kommt ihr mal auf einmal so ein typ entgegen rand ha 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 ich erobere mit sehr schön da kommt glaube ich jemand im fallschirm runter ne ne das ist einer mate 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 alles gut ich hatte schon eine bösen zeige ja im zweifel einfach mal einen kopfschuss geben und schauen was passiert ja wenn wir ein team hätte team der mensch anders wäre ein bisschen doof aber hey no risk no fun ja so ist es du man muss auch mal einen wagnis eingehen klar ist ja außerdem nicht dein kopf richtig das ist ja nicht mein problem dann einsatz ziel da er kommt man da noch weiter hoch mal kommen wo ich bin aha schön schön hat aber hier ist keiner weiter Suppression fire mit meiner B.A.R. Nein, da sitzt noch ein Scharfschützer drüben auf dem anderen. Nein, nicht gesehen. Ich wollte mich jetzt kurz schon mit der Panzerhaubüchse, Haubitze, Büchse, whatever, fuck, halt hin. Und dann kommt da ein. Oh, ist da unten noch einer mit einem Grabengewehr gewesen. Ja, ich spawne wieder auf B. Der Schniper ist aber tot. Den hat ein Verbündeter weggeholzt. Okay, ist schon mal gut. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich bin wieder drauf. Ich spawne bei dir. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Er ist tot. Scharfschütze. Fucking Schniper. Ich habe mal ein paar Rauchgranaten geschmissen. Ist das ein Hacker? WTF? Alter, Kopftreffer. So, hier. Kriegt alle mal Munition, Leute. Kriegt alle mal hier Munition jetzt. Nein, da sitzt jetzt. Jetzt kommt da einer mit der Lewis Gun. Oder Lewis Gun. Whatever. Und ich denke mir schon, geil. Ich habe einen Sniper, weil ein Speer gestorben ist. Aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Ich kann keine Leute mehr beschädigen irgendwie. Was? Ich kriege kein Damage mehr durch mich. Das Snipergewehr hatte ich doch vorher schon. Frag mich warum. Ich kann es dir nicht sagen. Hashtag Cheater for Life. Ja, keine Ahnung. Aber es wäre ein ungünstiger Cheat, wenn ich so cheater, dass ich da nicht mehr selber schießen kann. Oder? Ja. Vielleicht. Oh, da ist ein Panzer da oben. Alter, Falter. Alter, schaut nicht auf den Panzer. Da oben. Nein. Aber da oben, auf dem Hügel, oben steht ein Panzer. Krass. Ja, ich sehe es. Gibt man den da irgendwie runter? Gibt es hier irgendwie ein schönes Geschütz oder so? Ja, ich habe mich, ich hole mir jetzt mit einem Sturmsoldat, haue ich den weg. Aber einfach kackend dreist. Oh, drüber geballert natürlich. Oh, sage mal, warum kriegst du zwei Angriffsflugzeuge? Was ist denn hier los? Oh, die Flugzeuge sind denn hier unterwegs. Ja, Flugzeuge ist ja massiv, du. Krass. Richtig krass. So, aber der Panzer fährt es weg. Der hat es da scheinbar keinen Bock mehr, aber ich will jetzt. Ja, toll. Oh, jetzt wird aber alles gerade eingenommen, du. Aber wirklich alles. Ja, mit Novelle. Immer mehr hier. Jetzt baue ich nochmal schnell bei E. Ja, ich versuche mal LF einzunehmen. So, ich bin in einem, äh... Was hast du Schönes? Flammenwerfer. Oh. Kann man mal machen. So, den habe ich. Nein! Jetzt ist schon wieder der Landkreuzer. Das gibt es doch nicht. Das fährt der extra davon, der Basis da drüben jetzt hier zu mir. Ja, der mag mich nicht. Alter, jetzt will ich ihn mit der Büchse eigentlich wegmachen. Wie viel ich mit dem... Mit dem Flammenwerfer gerade weggeholt habe. Sehr gut. Das ist ja unfassbar. Ein einziger Schuss und der macht mich weg. Was hat denn der für ein Snipergewehr auf seinem Panzer drauf? Das ist ein krasser Sniper, sagst du. Aber was für einer, du! Puh! Geschafft. Wir haben den Punkt wieder. Ich hätte jetzt gerne zwar eine Heilung oder irgendwie... ...was ähnliches. Ich glaube, wir mal Heilung bringen hier. So, wo ist denn jetzt der Landkreuzer? Kann er jetzt nicht weg sein. Aber was sieht so aus? 60 HP bin ich. Oh, da ist eine HP-Kiste. Nein, die HP-Box. Ah, hier ist die HP-Box. Au, 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 au. So, ich komme ja schon in die Stadt, mein Sportsaal. Da ist doch wieder der Landkreuzer. Das ist was anderes. Ah, Sniper. Überall Sniper. Geht weg, ey gasigen Sniper. Ach, nein! Nicht dein Ernst! Wie kann mich denn der so wegmachen? Nein! Ich dachte mir, alles klar, den habe ich jetzt aber sowas von im Sack. Jetzt geht schon wieder jemand auf F. Ich hätte gegen den G-Punkt jetzt wieder. Den G-Punkt haben wir ja. Ja, der G-Punkt wurde gerade wieder heingenommen. Oder die wollten einnehmen. Aber wir haben es ja verteidigt. Alles klar. Sehr, sehr gut. Jetzt ist aber eh schon wieder jemand. Ich bin bei F. Kann doch nicht dein Ernst sein. Das Ziel die ganze Zeit eh eingenommen wird. Ja, also gerade ist halt schon krass, weil wir haben einen einzigen Punkt effektiv. Und sonst halt, sonst schaut es echt mau aus, du. Ey, nicht. Er hat 100 HP, das geht gar nicht. Was ist denn los? Irgendwas stimmt gerade mit meinem Spiel nicht, habe ich den Eindruck. Ich hole es voll drauf und kriege auch die Trefferzone und der stirbt nicht. Oder haben die die Pferde gebufft? Haben die mittlerweile so einen eisernen Vorhang und sind erstmal unbesiegbar oder so? Okay, das wäre vielleicht ein bisschen A-Card. So, ich probiere es mal wieder mit F. Mit F. Ich probiere es mal wieder mit einem Pferd. Okay, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber gut, mach was du willst. Ich kriege den nicht getötet. Der kriegt keinen Schaden durch mich. Das ist ein Cheater. Wie heißt der? Nee, der ist aber schon mal gestorben. Das verstehe ich gar nicht. Der heißt K-B-Power. Bäm, Meckel, Mann. Er kriegt nicht nur neun Kills. Hast du den gekillt? Nee, Master Shiro hieß der. Das ist nicht normal, Dad. Hä? Das musst du dir mal bei mir dann in der Folge angucken. Das ist total merkwürdig. Der kriegt keinen Schaden durch mich. Jo, mach ich. So, jetzt endlich mal F einnehmen. Ist ja hart überfällig. Na, da ist schon wieder jemand drin auf F. Ich nehme grad... Oh, D mit ein. Aua, Aua, Aua. Das war eine Granate. Aua, Aua, Aua. Ich will hier weg. Wir müssen jetzt... Weil es wird langsam echt wieder knapp, gell? Eigentlich die Runde war klar in unserer Hand. Und wir haben ja... Gucken wir auch unsere Spiele an. Da muss man ehrlich sein. Eigentlich... ...haben wir da auch die bessere... ...Brigade. Warum mache ich denn keinen Schaden? Ich verstehe es nicht. Irgendwas ist kaputt an meinem Spiel. Aber ich wechsle einfach mal... Ich wechsle einfach mal den... Die Klasse. Die Klasse. Jo. Irgendwie ist es komisch. Weil er zuckt auch ein Treffer bekommen. So, probieren wir es mal mit dem Sturmsoldaten. So, an einem Fahrzeug kann ich auf jeden Fall... Den kann ich beschädigen. Boah. Wie viele da drin rocken in dem... ...in dem Haus. Aber ich habe trotzdem keinen Schaden gemacht. Irgendwas ist komisch. Vorrei eingeholzt und keinen Schaden gemacht. Hm. Oh, da sind einige auf D. Krass. Ich habe jetzt mein Spiel auch abgeschüttet. Oh. Ärgerlich. Na, das ist natürlich wirklich ärgerlich. Ah ja. Okay. So, erstmal den einen überfahren. Den nächsten weggemacht. Du machst das schon noch. Ja, ich versuche es zumindest mein Bestes. Nichts anderes erwarte ich von dir. Ich lasse ich das Spiel einfach mal ein. Ach, Flugzeug. Oh. 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 Aber gut. Da habe ich jetzt nicht... ...wirklich mal stark um den Punkt bemüht. Aber es ist unfassbar eng. Wir liegen minimal hinten. Den holen wir jetzt gerade. Ach Gott, ich spawnen und da kommt so ein berittenes Ross an. Ja, berittenes Ross an. Berittenes Ross. Also, das war quasi ein... Ein Ross auf einem... Ein Pferdpferd. Ein Pferdpferd. Ja. Mit Gewehr? Mit Gewehr. So wie man es halt kennt. Mit Gewehr. Ja. Sind die Besten. Das sind wirklich die Besten. So. Bin wieder im Spiel. Mal gucken, ob ich jetzt wieder Leute treffen darf. Um hier noch den Sieg mitzubekommen. Au, 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 au. Au, au, au. Nein, ich möchte das nicht. Also, ich treffe mir da Leute. Nein! Okay, das war eine scheiß Aktion. Also, das ist schon mal schön. Das ist jetzt auch guter Zeitpunkt, weil das Game ist echt auf der Kippe. Deswegen ist es für mich gefühlt nicht zu früh, dass du jetzt die Menschen wieder triffst. Oder die virtuellen Figuren. Die Menschen. Okay, Landspiel. Ja. Ja. Wir haben Einsatzziel. David, hallo. Ja. Wir haben Einsatzziel, Bertha, verlor. Aber die nehmen gerade auch wieder alle Punkte fleißig ein. Hm. Nein! Da kommt die Granate und über mich der Gegner. Ach, das kann mir... Ist das doch nicht dein Ernst, dass du mich direkt siehst? Alles Cheater hier. Alles Cheater. Ja. Teilweise, glaube ich, tatsächlich. Die ganze Zeit sind die nur am Cheaten. Zuerst machen sie, dass ich sie nicht mehr treffen kann, weil ich der MVP hier bin. Ja. Ja, klar. Wahnsinn. Und dann kommt wieder so ein ekliger Panzer aus dem Hinterhalt. Aber wie immer, wenn du G nicht hast, wenn du den G-Punkt nicht findest, dann verlierst du die Runde. Der Klassiker. Ach, wir verlieren die Runde jetzt tatsächlich noch, ey. Ja. Ja. Schade, schade. Ja. 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 Schade. Ja, da sind einfach zu viele gestorben. Seht leider so aus, ja. Ja, ärgerlich. Ich hab auch nicht so hart performt, weil ich hab jetzt echt ein bisschen doof mit den Panzern und vielleicht auf die falschen Ziele fokussiert und keine Ahnung, aber gab schon schlechte Runden, das wäre nicht, und es war inzwischen, da waren wir so unfassbar dominant, also unser Team. Ja. Ja, ist ja ein bisschen doof, dass ich da auch diesen Bug hatte, dass ich keine Gäste irgendwie beschädigt habe. Finde ich aber witzig, dass es irgendwie kleinseitig so einen Fehler geben kann. Es ist super merkwürdig, ja. Naja. Aber trotzdem, schön, dass du dabei warst und dass wir hier die Runde spielen konnten und ich sag, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüssi. Tschüss.